Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Juju und Bowser 2012, produziert von Stickle. Sehr vielversprechende Kombi auf jeden Fall, klingt schon mal sehr interessant. Ich bin gespannt, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ich lasse mich einfach überraschen, labere gar nicht viel um den heißen Brei herum. Freunde, wir schauen einfach rein. Let's do it. Ich nehme an, Bowser sitzt hier am Klavier. Okay. Stabiles blaues Auge auf jeden Fall am Start. Ach, das soll Bowser als ein bisschen jünger darstellen, ne? In ein bisschen jünger, nicht als ein bisschen jünger. So ist es richtig. Da ist er ja, der liebe Bowie. Sorry fürs Pausieren, Leute. Geht solang du bei mir bist, solang du hier bei mir bist. Solang du bei mir bist, solang du hier bei mir bist. Ich hab nicht jedes Meer gesehen, nicht jeden Stern gezählt. Ich hab nicht jeden Berg bewegt, doch ich weiß, dass es weitergeht. Solang du, du bei mir bist, solang du hier bei mir bist. Okay, sehr angenehme Stimmlage auf jeden Fall von ihm. Sehr melodisch, kann man sich echt gut anhören bis jetzt, finde ich. Gefällt mir, sehr chillig. Du bei mir bist, solang du hier bei mir bist. Solang du, du bei mir bist, solang du hier bei mir bist. Abfuck pur, wieder kein Cent und mal wieder eingepennt auf der Tastatur. Es geht schnack. Ah, die Stimme liebe ich von ihm, ne? Diese Stimmlage so richtig schön rau, kratzig, männlich. Das mag ich sehr gerne bei ihm. Diese Stimmlage feier ich. Und mal wieder eingepennt auf der Tastatur. Es geht steil bergab. Mutter sagt, Sohn, du kannst hier nicht länger wohnen. Hol deinen Scheißdreck ab. 2012 und... Oh, das ist geil mit dem... Wow, der Beat dazu, Alter. 2012 und ich warte auf ein Wunder. Peter am Tag, achtmal Vaterunser. Sitz in meinem Studio, mach Baba-Songs. Aber mit den Songs leider kein Baba-Umsatz. Ich war zweifelhaft. Ich kann im Supermarkt nicht zahlen mit meiner Leidenschaft. Ich kann im Supermarkt nicht zahlen mit meiner Leidenschaft. Geil. Also die Art von Storytelling, die er hier betreibt, so gefällt mir sehr gut. So, was heißt Storytelling? Er berichtet halt so ein bisschen aus seiner Vergangenheit. Er stellt das Ganze dar, ne? Dass er früher quasi alles für die Mucke gegeben hat. Aber damit halt noch keinen müden Cent verdient hat. So, wie es am Anfang eigentlich immer ist. So, wie es halt schon... Ja, das ist halt schon ein häufiger Thema geworden. Aber hier ist das Ganze auch visuell sehr cool dargestellt, finde ich. Er erzählt's cool. Hat eine angenehme Melodie. Die Stimmlage von ihm ist einfach richtig, richtig nice zum Hören. So, klingt mega angenehm alles. Umsatz, oh, ich war zweifelhaft. Ich kann im Supermarkt nicht zahlen mit meiner Leidenschaft. Aber eins hat mein Lifestyle mir beigebracht. Man kann nur weiterkommen, wenn man weitermacht. Ich hab nicht jedes Meer gesehen, nicht jeden Stern gezähl. Ich hab nicht jeden Berg bewegt, doch ich weiß, dass es weitergeht. Solang du bei mir bist, solang du hier bei mir bist. Solang du bei mir bist, solang du hier bei mir bist. Gefühlskeit des Herzens. Nice, gefällt mir. Auch Jujo klingt sehr nice hier. Auch sehr schön, angenehm. Sehr entspannter Song, finde ich. Klingt einfach nice. Einfach gut zum Zuhören. Sie haben mich wieder heimgeschickt, wie oft hätte meine Mama mich gerne ins Heim geschickt. Auch Jujo wird hier quasi nochmal so ein bisschen in Jünger dargestellt von einer Schauspielerin. Gefällt mir einfach. Das Videokonzept ist sehr nice. Ist auch schön gedreht alles. Also Props auf jeden Fall auch mal fürs Video. Vom Sound her einfach schönes Storytelling so. Angenehm verpackt, in einer guten Melodie. Hab auch nichts anderes erwartet bei der Kombi, ja. Ich find die passen gut zusammen. Merkt man hier in der Hook halt, die passen vom Stimmeinsatz sehr gut zusammen. Das klingt einfach gut. Es kann jetzt also, klar, inhaltlich ist es einfach Storytelling. Beide schildern so ihre Vergangenheit, wie sie es geschafft haben. Dann jetzt im Nachhinein dann viel gekämpft haben. Früher lange, lange halt nichts hatten. Das ist halt das, was man im Rap halt öfter schon gehört hat. So ist jetzt nichts komplett Neues so. Ist aber hier schön dargestellt, finde ich, textlich. Hat eine gute Atmosphäre. Coole Melodie. Sehr angenehme Stimmlage von beiden. Harmonieren gut zusammen. Insgesamt dadurch ein schöner Song. Auf jeden Fall, wie ich am Anfang gesagt habe, interessante Kombi, die beiden. Harmonieren meiner Meinung nach sehr gut. Wäre interessant, mal noch die beiden in eine andere Richtung zu hören. Also mal zum Beispiel richtig schön aggressiv nach vorne oder so. Wo beide mal einfach ein bisschen reagieren. Das wäre auch mal sehr interessant. Aber auch der Song hier finde ich sehr schön, sehr melodisch, sehr chillig. Gut gelungen. Finde ich nice. Nice one. Schöne Kombi. Hat mir gut gefallen. Wie fandet ihr es, Freunde? Sagt es mir gerne mal in den Kommis. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen und spannenden Tag, Leute. Supportet auf jeden Fall die Künstler, falls ihr das nicht getan habt. Song überall streamen. Link zum Original natürlich auch. Wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen und spannenden Tag. Bis dahin macht es gut oder rein. Bleibt vor allem gesund. Und ciao. So.